hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video ja heute ist es soweit ihr seht meine haare heute gehen wir zum friseur es wird endlich mal zeit ich würde sagen wir sehen uns dann vor dem friseur bis gleich ich bin jetzt vorm friseur ja und da wenn wir gleich reingehen und ich werde euch natürlich von diesem friseur einmal verlinken unten in der infobox und wenn ihr möchtet schaut doch einfach mal dort vorbei als ich war da schon mal und war eigentlich sehr zufrieden und ich würde sagen wir schauen da gleich noch ein ja Auf Wiedersehen. Ja, ihr Lieben, so sehe ich nun aus und ja, ich bin sehr zufrieden eigentlich, obwohl die Haare jetzt so viel abgegangen sind. Und ich kann euch den Friseur nur empfehlen. Die Gabi hat mir die Haare geschnitten und ja, K-Style & Cut heißt der Friseur. Ich verlinke ihn euch unten nochmal in der Infobox und vielleicht schaut ihr mal dort vorbei. Schreibt doch mal unten in den Kommentaren rein, wie ihr diese Veränderung findet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr natürlich wieder beim nächsten Video dabei seid. Bis dann, tschüss! Hey, la 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 la! Hallo! Hallo! Ihr Lieben! Hallo! Mann! Ich werde mich überraschen, denn ich weiß es selber noch nicht. Und ja, wir sehen uns dann gleich beim Friseur, ne? Wie ist das? Hallo, hallo, hallo! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, wie ich den Anfang machen soll.